Hey Leute, und hier möchte ich jetzt mit euch die Octavia-Quest machen. Die Octavia-Quest können wir im Cephalon-Suda-Raum bekommen. Könnt ihr hier gerade auf der großen Map sehen, wo das ist. Das Ganze befindet sich natürlich im Relay. Und um die Quest überhaupt erstmal freizuschalten, müssen wir The Second Dream machen, also der zweite Traum. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet, von daher lassen wir uns mal überraschen. Hunter, los geht's. Hunter, do not waste your time for this idiot Cephalon, Spewing corrupt data streams about music of all things. The epitome of meaningless data. She ought to be disconnected from the weave and erased. Okay. Musik. Ich glaube, ich habe noch nie vorher mit ihr geredet. Ja, ich will. Ja, ich will. A Mandacord? Hunter, will you strike your enemies with sonnets and hymns? Suda waste your talent. Her Precepts are corrupt. She ought to be decommissioned. Immediately. Do you recall how wonderful the Mandacord Orchestra was? No. No, of course you wouldn't. Have you built it yet? Why don't I hear its music? If you build the Mandacord, I will reward you with the most essential thing I own. My knowledge. I have data pertaining to the Mandacords history and function. First, you must find its component parts. Ordis has been informed of their last known location. 30 Minuten? Okay. Das ist... Hm. Okay. Das hier war Quest. Jetzt kann es losgehen. Ah ja, was ist das überhaupt für eine Mission? Hätte ich vielleicht mal nachschauen sollen, aber... Naja, egal. Lassen wir uns mal überraschen. Lassen wir uns mal überraschen. Und wie finden wir das? Oder wie finde ich das? Hm. Hilft mal. Das ist eine ganz interessante Variante von einem Game-Typ. Vor allem, da wir nicht wissen, wo wir hin müssen. Amandacord Part. Für die meisten Cephalons ist Musik ein Glitch von Evolution und Sprache. Es scheint, dass sie eine Schalt-Circuit- und Organik-Minds-Pattern-Rekognition-Funktion haben. Eine Verrückung, die sie finden... Leidenschaft. Und das ist eine sehr interessante Variante. Achso. Also müssen wir jetzt dreimal drei Teile sammeln, oder? Ach, nee. Okay, verstanden. Wir müssen jetzt wahrscheinlich die eine Mission machen und bekommen hier alle drei Teile direkt. Oh, das finde ich ganz cool. Auch wenn ich mich frage, warum Teile von dem Musikinstrument auf dem Korpus-Raumschiff rumliegen. Korpus-Außenposten, sorry. Oh, Gegner Level 29. Das ist schon mal ein bisschen was. Also nicht mehr eine Mission gerade für die größten Anfänger. Ah, okay. Fantastisch, eine zweite Part. Für mich, Musik ist ein Lattes. Ein Unterstützung, an dem mein größtes Wissen klingelt. Habt ihr das immer so gefühlt? Eine Song, die eine Erinnerung hat? Wie eine Melodie oder Versen zurücktürt dich zu einem Ort, wo du vergessen hast. Wie eine Melodie oder Versen zurücktürt dich zu einem Ort, wo du siehst. Was ist das? Kamera? Das sieht wie eine Kamera aus. Oh. Da übersehe ich die ganze Zeit. Your curiosity has rewarded you. I yearn to hear its music. Return to your foundry and construct the Mandacord at once. Okay, ich denke, das dürfte jetzt schon der erste Teil der Quest gewesen sein. Warum da jetzt eine Bauzeit von 30 Minuten dahinter muss, ist mir nicht ganz ersichtlich. Wahrscheinlich einfach so eine kleine Paywall. Für die, die einfach schnell durchwollen, dass die das rushen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, okay. 25 Platin ist es mir jetzt nicht wert. Für einen Platin hätte ich es beschleunigt. Und von daher würde ich sagen, mache ich jetzt einen kleinen Cut. Werde das Video nicht hochladen, sondern füge dann nachher einfach die nächsten Videoteile an. Bis nachher. Und hier wären wir dann direkt auch schon wieder. Dann holen wir das ganze Teil jetzt mal ab. Und schauen, wie es weitergeht. Ja, dann schieß ich los. Ja, dann schieß ich los. Ich sehe, dass du einen Fehler gemacht hast. Entschuldigung. Ich habe das Daten nicht gemessenen Manticore gegeben. Lass mich das korrekt machen. Ich werde dich an die Location, wo es eigentlich erwähnt wurde. Operator, etwas vielleicht... ...wann ist es falsch mit diesem Cephalon. Ach, Quatsch. Ich finde das erste Leadfragment, okay. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein paar mehr geben. Das heißt, es wird wahrscheinlich, ja. Und los geht's. Nein. Wäre doch schön, wenn jetzt da, dass Strugg uns noch antworten würde. Oh, der Wasser. Okay, also, ich muss gestehen, dieses Mal gibt es nicht wirklich viel zu quatschen hier, weil, ja, das ist jetzt noch keine weltenbewegende Story. Warten wir mal ab. Wo haben wir es denn? Okay, über uns. Oh, das ist interessant. Oh. 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 Okay. Und wie mache ich jetzt hier irgendwas? Ah, hier oben steht ja was. Jetzt verstehe ich's. Ich dachte, das wäre nur Deko, damit's besser aussieht. Uh-huh. Ah. Ah. Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Oder ich muss natürlich jetzt nur die fehlenden Teile spielen. Wäre möglich. Probieren wir es mal andersrum. Ich erinnere mich. Lua. Es ist eine Waffe von Lua. Wer bist du? Was willst du? Oh nein. Es passiert wieder. Und auf in die nächste Mission. Beziehungsweise wenn wir hier irgendwann mal rauskommen aus dieser Mission. Lua. Lua. Ich muss gestehen. Ich bin ja eher auf Sumares Seite. Ich bin ja auch auf Sumares Seite. Ich habe dich und du Hunter zu töten. Diesen Zeflogen. Säge sie, bevor wir beide getrennt sind. Operator, was soll du tun? Ich kann nicht zuvor überfließen. Aber ich möchte Hilfe zu Suda, wenn wir können. Vielleicht ist das nur meine... ...mögen Wunder? Habe ich die Wahl? Sieht nicht so aus. Gut, weiter geht's. Und ich hatte jetzt schon eben gedacht, dass wir eine Defense-Mission hätten oder Mobile-Defense, das Teil hacken und dann verteidigen, aber das war jetzt auch mal was anderes. Das Vieh ist ja wirklich dement. Re-calibrating. Oh, yes, you are correct. My records indicate that a fragment was previously discovered in the vicinity. Will you find it? Oh, die hat die Defense-Missionen. Why? Why did we come here? I... I have asked you this already. Samaris was right. This corruption is not benign. I am vanishing. Ist gerade das Cephalon-Symbol geschrumpft? Ich konnte mich leider nicht drauf konzentrieren. Daten-Fäule. Ja, einfach ein stinknormaler Computer-Virus, würde ich sagen. Sentience? Aber wie wussten sie das? Was? Er ist nur eine alte Krieg-Memorie. Geh raus! Ich lasse dich nicht... Mein Körper! Meine Kinder! Ich bin hier! Hanhao? Operator! Hanhao ist etwas mit Suda. Er ist in ihrer Meinung. Ich habe das getroht. Ich bin hier! Ich bin hier! Tenno, du musst... Kinder, finden sie! Find ich hier! Operator, was ist mit ihr passiert? Also sind die Sentience seine Kinder? Das sind doch einfach nur Drohnen. Dachte ich zumindest. Das ist ja auch ein Problem bei uns. Die Hydralis, stopp sie! Sie wollen es... ...destroren sie! Silenz den Anthem! Silenz den Lohr-Frame, welches malignes Pitch kann über die Gap selbst überwinden. Sehr interessant. Octavia's Sounds können die Kluft überwinden. Operator, du hast es geschafft! Du hast diese mindlösen Applikationen gebrochen! Was hat Han-Hao getan zu Suda? Ein weiterer Hydralis. Suda will, dass du den nächsten Fragment in die Mandacord holst. Es scheint sich zu helfen, dich zu erinnern, nicht wahr? Und nicht wundern, warum... dass meine Waffe die Sentience so schnell tötet. Momentan ist die Karak mit dem richtigen Riven oder generell richtiger Waffe mit den richtigen Riven-Mods total buggy. Das heißt, mein Damage geht in den Millionenbereich. Tief rein. Geschafft. Das ist das Sond. Ich... Das letzte Fragment. Ordus... ...tell dein Operator. Ich bin so sorry. Ich bin so sorry. Ich bin so vergessen. Ich bin so vergessen. Es ist wieder passiert. Ich bin so sicher. Ich bin so sicher. Ich bin so sicher. Ich bin so sicher. Die Othens werden sie weggeben. Ich bin so sicher. Ich bin so sicher. Ihr Teno wird auch gebildet. Geh da! Wobei, ist das jetzt kein PvP-Mod? Ich muss gestehen, ohne eine Buggy-Waffe, ich würde die ganzen Sentience hier nicht bekämpfen, ich würde einfach durchrushen. Würde ich euch auch empfehlen. Gegen die zu kämpfen ist absolut unnötig. Und zwei neue Mods. Coole Sache. Wenn ich richtig gehört hatte, hat es Suda eben gesagt, die letzte Hymne. Die Sentient hat infiltraten Suda's mind. Wir müssen sie sofort isolieren und zerstören sie, bevor sie die Cephalonweave korruptieren. Aber sie hat mir gesagt, wo die letzte Teil der Song ist. Siehst du, wie die Song hat sie verletzt? Sie hat sie mich erinnern. Es könnte sein, dass sie sich verletzt, um sich von Hun Hao zu erinnern. Her memories are consumed. That is all she is. All she was. Sever the Weave. And avoid this corruption ourselves. That is our only choice. Und wenn er kommt für Sie und Ihre Precious Sanctuary, will Sie wollen wir uns die andere Seite sehen? Tohle! Operator, wir müssen gehen. Let Simaris worry about himself. Pity. Another null Cephalon. Und den ganzen Sentients. Also... War mal ne angenehme Abwechslung. Operator, der Hydrolis ist hier irgendwo. I will attempt to pinpoint its location. There! Rebuilding the Anthem is our only hope of restoring Suda. The music makes her remember. Wait! Sentience in the Void? Impossible! Unless... Hun Hao must be using poor Suda's energy to protect them from decay. Hey! Operator, we need to stop him. The Hydrolis. You found it! Use that console to lock the entrance and then clear the room. Operator, see if you can finish the song with your Mandacord. Okay. Okay. Ich tu mir gerade etwas schwer drin zu sehen, ob ich in der richtigen Zeile bin. Das sieht nicht so aus. Ja. Dann hier. Oh, wie ist denn das passiert? Achso. Ne, warte mal einen Moment. Und hier. Ah, hier bin ich in der Zeile verrutscht. Hier zwei. Okay. Gib mir einen Moment. Hier sollte irgendwo jetzt gerade ein Fehler drin sein. Nichts, 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 nichts. Dann ganz unten. Dann wieder dreimal. Ah, zwei, dreimal nichts. Dann wieder auf. Suda. Suda! Can you hear us? She is gone. Will you Join her? You.. pure-ized DammitTube. Suda! Suda needs to hear the anthem, Operator. We could use the tower's reactor to boost it. Was war denn das gerade von Ortis? Mein Körper, wir müssen diese Energie erneuern. Du darfst sie nicht verordern, wie sie so lange gemacht haben. Die Sentienten, sie interferieren mit dem Reaktor. Termine sie! Ein neuer Sentient-Fighter? Okay. Es funktioniert! Spielt die Song! Ordis! I remember! Nothing! Jetzt komme ich nach oben, um zu glauben und zu dir aufzunehmen, wer von Ordis nennt. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ein zweites System neben mir. Operator, wir brauchen mehr Kraft! Ich dachte, Ordis hat jetzt ein Sekundärsystem. Ich sehe dich. Ihr Kind-Puppet kennt niemand, dass du näher bist? Nein, ich bin nicht dieser Person. Ich bin ein Cephalon. Und ich bin Karras, der Hüste der Bohnen. Ich finde jetzt nicht wirklich schwer zu killen, diese Sentient Fighter, wie ich sehe. Ich habe es jetzt extra einmal mit der Spyra gemacht. Ist ja auch einfach nur eine, sagen wir, normale Waffe, die nicht buggy ist oder irgendwie überpowered. Und das war ja überhaupt kein Problem. Ich mag die Hymne nicht. Das ist es. Die Sekundärsysteme sind engagiert. Ah, gibt es noch einen dritten? So eine schöne Saison. Bestimmt. Bleib die Reaktoren alive, Operator. Ich werde einen direkten Link zu Sudha öffnen. Sudha, sprich mit uns. Versuch, sich zu erinnern. Ordiz, bleib allein. Operator, ich bin entschuldig. Ich muss sie helfen. Wenn ich sie in ihrem Datascape mit sein kann, dann können wir uns zusammen. Okay, das gefällt. Ordiz zusammen mit Sudha. Hm. Vielleicht kommt Ordiz hier ein paar Einladungen dann zurück. Wäre doch schön. Schöne Lampen ist mir noch nie aufgefallen. Schöne Lampen ist mir noch nie aufgefallen. Du kriegst dich nicht. Ich werde mich besser aufnehmen. Ich werde dich nicht Prioritieren. Ich werde dich bis jetzt nicht anspringen. Müller, ich will nachdenken. Sie sind die Frage. this, I have failed to revive Cephalon Suda. That self-righteous Symmaris was correct. You should probably work with him to isolate Hunhao, that data-murdering sentient, before he claims more of my kind. I hope you can forgive me, Operator, for leaving you. There were times like Suda I wish I could have forgotten you. That gray ache of loneliness. Being without you was the greatest pain I have ever felt. Do you still remember that glorious day when you returned? So selfless and heroic, engaging all of my missing segments like that? I was ashamed of the mess, but you didn't care. You made me whole again. Or, or what about that time you returned? Covered in blood. From that awful Grineer ship. I wasn't even mad at the gory mess you left behind. How could I be, when you are so perfect, Operator? You always will be. Goodbye, my friend, my Operator. He will come again. He will certainly come again. I would say goodbye to Samaris. I feel like we will be right back. I have to hear you right back. I have to hear you right back. I have to hear you right back. Or I have to say it back. But hey, I was on his side. Where is your Cephalon, Hunter? What has he done? Cephalons can manifest an alternate reality of information. Training simulations, archives, even a grandiose archival of living creatures is possible. As is the case with Sanctuary. You are not going after Ordis, are you? You'd be risking annihilation with that sentient entangled there. What I seek to preserve, Hanhao seeks only to destroy. Perhaps Cephalon Suda was right, after all. Somehow this music threatens Hanhao. Perhaps the tenor used it subversively in the past to coordinate their efforts. Hanghao is too strong. I will not risk myself and my sanctuary by entering the Suda's day escape. But if you are foolish enough, I will help you make the journey for Ordis. Oh, yeah. Mark Ordis. Even the shrine. Find, Hunter, as you wish. I will join you to the Weave and transmit you and the Mandicord to whatever has become of Suda. Suda Hanhao. You will be on your own. In a strange, abstract place. Goodbye. Also, das ist mal ein cooler Loading Screen. Another Insect draws my light. And you've brought your TREK-Musik with Iteno. Operator? No! You're back! Save yourself! Machen wir das Ganze jetzt erstmal noch ein bisschen normal und schauen uns, was hier so an, was so abgeht. Operator! This is insane, but I think you need to play Octavius Anthem! Ah. Ah. Eww. Okay, ich hab gepeilt, wie's geht. Wir müssen gar nicht auf das Ding da schießen. Wäre auch zu easy. Ah. Okay, okay. Okay, okay. Das hier ist ein Movement Boss. Hm, was ist jetzt hier mit auf sich? Rot müssen wir entfernen, okay. Mein Geist, meine Regeln. Dein Tenno-Anthym stirbt hier und mit ihm deine Infantil-Königtheit. Und ich muss gestehen, ich will es auch nicht herausfinden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass gar nichts passiert, aber genauso gut könnte es auch sein, dass wir von vorne anfangen müssen. Oh mein Gott, da haben wir aber noch einiges vor uns. Ich kann keine Vergangenheit vor uns. Und ich kann jetzt die Gefangenheit mit ihm weiterholen, ja. Gut. Ich kann mich über einen Schatz. Ich kann mich über einen Schatz und ein Schatz zu finden. Oder so ein Schatz? Ich kann mich über einen Schatz zu reiten. ist das und abgeschmiert okay wir stehen jetzt nur in einer denkbar ungünstigen position würde ich sagen gehen wir jetzt die andere richtung ich würde sagen hier sind wir auch abgeschmiert und schon wieder das kommt schon das geht doch ich würde eher behaupten dass das jetzt im nachhinein aufgeploppt ach ach du kennst du, tenno? den buch des knack-out-trone Da hinten fehlt mir auch noch eins. Die Nagatronik haben wir glaube ich im Dojo stehen. Jetzt schmiere ich ab. Ich bin wirklich überrascht, dass hier noch gelbe Teile dazwischen sind. Moment, bin ich durch. Oh ne, das war das letzte. Hinten habe ich anscheinend noch eins vergessen. Das sind auch noch ein paar rote. Von daher drehen wir jetzt eine Runde. Schauen wir uns das alles an. Komm, komm, komm. Wenn mir hier ein so großer Bereich fehlt, würde ich einfach mal behaupten, dass ich hier abgeschmiert war und deshalb den ganzen Bereich noch nicht bearbeitet habe. Also? Die Korruptive Nords sind die Anthem vergrößt. Geh sie! Es gibt keinen Tonno-Harmony, nur Sintium Dissonanz. Es gibt keinen Tonno-Harmony. Okay, hier sind die Sentients jetzt wirklich schwach, aber hat auch seine Richtigkeit. Ich denke mal, es dürfte schwerlich sein, sich auf den Strahl, die richtigen Plattformen und den richtigen Sentient-Kampf zu konzentrieren. Ich habe die Befürchtung, dass wir das Ganze jetzt dreimal machen müssen. Ah, komm, komm, komm! Oh, Mist. Aber ich finde es schön gemacht, dass dieser Strahl auch die ganze Zeit einen Sound macht, sodass man rein theoretisch rein auf Sound spielen kann. Was mache ich jetzt hier gerade? Immer springen, wenn ich den Strahl höre. Aber wenn man hier einmal den Dreh raus hat... Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Echt jetzt? Hier ganz hinten habe ich anscheinend was vergessen. Ah, Mist, 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 Mist. Hier ganz hinten rein. Hier ganz hinten ein und kreis. Bis zum Beispiel Malzσωbisch. Hat, Mist, 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 Mist. Ich bin mit deinem Gehirn aus der Gap. Wurde du unsere Wur? Oder hast du den Stehen für den nächsten? das erklärt aber einiges ich einahme mich noch ich glaube bei Excalibur Prime hat es gestanden dass mit jedem Abschlachten mit jedem Schlag der Nagatrommel tausende von mit jedem Schlag man glaube ich tausende von Urugien getötet irgendwie sowas hat da bei den ersten Primes gestanden also Excalibur Breton nee Excalibur Scana und was gab es noch Lato ich glaube Lato war es aber das was ich meine war jetzt glaube ich Excalibur Prime ich muss mich selbst noch mal nachschauen aber die Nagatrommel hatte da auf jeden Fall eine Bedeutung gehabt die korrupten Noten ruinen die Anthem weg von ihnen oder war es einfach dass beim Simpenschlag oder so die Urugien ausgerottet wurden ich muss das wirklich mal gleich nachschauen wo waren wir hier in der roten Note ach komm Sean und die dritte ach hier ist Ortis wie geht Ortis ab wie cool ah Hanhauer hat einen Lebensmalken könnte ich mich ganz ehrlich dran gewöhnen so einen kleinen Ortis dabei zu haben wenn ich das richtig sehe ist der einfach riesig du siehst reformatiert und du Operator es gibt zu viele von ihnen ja vielleicht pathetische Sivalon dann habe ich diese Statamine und jetzt werde ich dich zerstören er ist zu stark mein liebter Operator bis zum Glück was Beasts of Sanctuary mit mir was geht jetzt ab was geht jetzt ab Semaris auch noch also das Rumjumpen hier ist jetzt nicht so ganz mein Fall nicht so ganz meine ich gar nicht aber allein diese Wendung dass jetzt noch Semaris auftaucht das gefällt mir das ist cool gemacht ich wollte mich grad schon beschweren kurz bevor er aufgetaucht ist beschweren dass jetzt die dritte Runde absolut ausreichend ist doch das ist die 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 la die sind die 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 So. Das wäre jetzt natürlich auch mal ganz interessant zu sehen, wie sich Amber hier verhält. Habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht, dass ich hier auch mal mein Ulti anmachen könnte. Und es scheint überraschend so zu funktionieren. Wir können nicht das Synthetik zu uns zu verletzen. Attack! Cappalons united. United. Äh, fall ich? Ah ne, ich. Okay. Jetzt bin ich gefallen. Oh, ich bin fast durch. Sehr gut. Ah, ich bin schon. Jetzt ist der Wurm drin. Scheint noch irgendwo da hinten, um was zu fehlen oder falsch zu sein. Ja, du bist Suda. Ja, du bist Sämeris. 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 Ich bin froh, dass du von deinen Glitchien geliebt hast. Ich werde meine Archive mit dir sharen. Wie für dich Tenno, du bist wahrscheinlich interessiert in den resten der Mandachord-Rekords. In Octavia. Ja, du bist Sämeris. Ja, du bist Sämeris. Wo ist das Grille? Komm jetzt hier hin? Ja, du bist Sämeris. Ja, du bist Sämeris. Ja, du bist Sämeris. Ein perfektes Spesimen für verletzten Leben. Du bist Sämeris. Ja, du bist Sämeris. Sicher ist Sämeris. Wurs. Wir sind alle. Ja, du bist Sämeris. anfang ein bisschen flach gewesen zum schluss ist doch noch laune aufgekommen gameplay an sich fand ich auch ganz cool das war mal was anderes ich persönlich bin jetzt kein so movement fan das heißt die letzten drei wellen da war nicht ganz mein fall gewesen aber wie gesagt es war mal eine schöne abwechslung und alles in allem eine gute questreihe ich hoffe es hat euch beziehungsweise eine gute quest ich hoffe es hat euch gefallen und falls ja könnt ihr mir ein abo und ein like da lassen und bis zum nächsten mal